Was bisher in Pokémon Schilds Zauberlog geschah. Die wunderschöne Protagonistin betritt die 6. Arena, nachdem sie festgestellt hatte, dass es eine Eis- und keine Stein-Arena hatte. Dort hat sie in dem Rätsel der Macht Rätsel, einige Rätsel gemacht, ist oft gescheitert und ist dann zur Arena-Leiterin von dieser Stadt gegangen. Diese Arena-Leiterin hat sie in einem harten Kampf bezwungen, keine Pokémon sind gestorben und jetzt ist sie bereit die Story weiter zu spielen. Und damit willkommen zurück zu Pokémon Schilds Zauberlog mit kurzen Haaren. Ich habe Pokémon Schild das letzte Mal, lass uns mal kurz schauen, im Januar glaube ich gespielt. Das letzte Mal im Februar, kurz vor Mario, habe ich das Spiel zum letzten Mal gespielt. Wow, ist jetzt ein Monat her, sogar fast zwei Monate. Man sieht, das Spiel, das Let's Play läuft nicht so gut voran. Ich bin momentan auch im Video-Engpass, weil ich im US-Kanal stuck bin. Ich nehme gerade aus Not auf, ich weiß nicht, was ich tun soll, denn momentan kommt gefühlt gar nichts. Auf jeden Fall hat Sanya uns beauftragt, dass wir hier reingehen sollen und zuhören sollen, was sie sagt. Mal schauen, was sie... Oh mein Gott, was ist das für ein Steakhouse. Okay, wollen wir mal kurz festhalten. Ich möchte euch eine Sache erzählen. Die Routenmusik ist seit vier Routen dieselbe Musik, aber ein Steakhouse hat seine eigene Musik. Game Design. Oh hey Paya, bist du wieder am Game Freak, äh, 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 Dissen? Was bist du für einer? Ja man, ich dachte, du würdest aufhören, Schwert und Schild zu fronten. Hm, und dann fragst du dich, warum, äh, dass deine Videos immer weniger geklickt werden. Dein Ernst? Das tut dem Herzen weh. Ich habe noch nichts Neues über die finstere Nacht oder die Pokémon des Schwertes und des Schildes rausgefunden. Oh, hier ist ein Random Plakat. Bruder, was? Was für ein Zufall. Moment, das ist ja ein richtiger Zufall. Ist so, Alter. So richtig krass. Top 10 Storywriting. Oh mein Gott, ich habe heute wieder Bock Game Freak zu mobben. Obwohl ich gestern die Spiele noch gelobt habe. Das gibt's doch nicht. Top 2 Roller. Schau mal, Link und Zelda sehen traurig aus und wo sind das Master Sword und das Heiliger Schild hin? Hm, was hat diese Darstellung bloß zu bedeuten? Vielleicht endet so die Legende. Und die haben verloren und dann begann Breath of the Wild. Und dann haben die Ganon hops genommen. Hm, das könnte sein. Aber, kann das sein? Wahrscheinlich ist das Schwert in so eine Art Schlummer gegangen, wie ich gerade gesagt habe. Hä, warum das Schwert und das Schild nicht gleichbedeutend, äh, mit diesen, äh, wie hießen diese Sachen nochmal? Mit diesen Pokimana? Äh, du weißt doch, was ich meine. Damals im Schlummerwald, Bro. Kann das sein? Also im Yo-Oli-Wald, wo Old Alpha auf uns gewartet hatte. Jemals zur Auffrischung eurer Erinnerung. Ja, ganz genau, Old Alpha, der uns da mit Chloroform zugeschlagen hat. Äh, dieses Pokémon aus dem Nebel könnte doch eins dieser Pokémon aus der Legende sein. Ah, stimmt, da war ja was. Schlummerwald. Dort war ich ja auch mal drin, aber mich hat niemand angesprochen, weil ich wahrscheinlich so eklig bin. Ähm, aber lass uns jetzt mal Steak essen. Wir haben genug nachgedacht. Alter, wäre es in der Schule so, wenn ich so eine Antwort sage und die Lehrer mir Steak geben würde, dann würde ich das auch fühlen. Alles klar, äh, wir sollten, äh, äh, zu dieser Hierön-Färme gehen. Die Hierön-Färme. Hier soll der Held, oder besser gesagt, hier sollen beide Helden vor langer Zeit ihre Wunden gewaschen und sich auskur- Lese ich das gerade richtig? Also haben die zusammen nackt gebadet? Link und Zelda. Leute, es ist eure Zeit, in den Kommentaren Fan-Fictions zu schreiben. Macht das bitte. Ich liebe Fan-Fictions. Hm. Ja, Link und Zelda waren hier, nachdem sie das, äh, die Verjährung Ganon besiegt haben. Ich meine, Link mag ja auch heiße Quellen im BOTW. Okay, das ergibt Sinn. Ah, heute wird die Hierön-Therme eigentlich nur von Pokémon genutzt. Komisch. Mögen die Pokémon etwa die Helden? Oh, ich verstehe hier nichts. Oh, komm, lass uns einen epischen Kampf hinlegen. Nein, ich hab den falschen Knopf gedrückt. Nein, 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 lass mich abbrechen. Oh, ich werd geil. Sani, ich küsse deine, deine, warte, ich darf das falsch, falsches sagen. Ich küsse dein Herz. Hm, schade. Da konnte ich dich doch nicht Rickrollen. Was hat das mit deinem Rickroll zu tun, Alter? Okay, willkommen zum 20. Rivalenkampf in diesem Spiel. Und das wieder an einem passenden Ort. Wir sind hier in einer Ruine. Aber wir kämpfen in einem Wald. Das ist schön. Und jetzt kämpft mit meinem MVP. Und wir sind wieder Hardcore-Overleveled. Alter, das ist wirklich so ein Kritikpunkt von mir selber in diesem Let's Play. Okay, ich habe, ich habe Realtop nichts Schlimmes gemacht. Ich habe nur ein EP-Bonbon eingesetzt. Ich habe meinem Pokémon nur einem Bonbon gegeben. Und der ist einfach zu einem Monster geworden. Swallok ist das bessere Metacross. Merkt euch das. Gut, dann haben wir das Pokémon mal easy besiegt. Und jetzt kommt das nächste Pokémon rein. Okay, keine Level-Ups. Das ist gut. Wir sind Hardcore-Overleveled. Wobei, ich wünschte mir das Knacksel auf Level 48 ist. Denn ihr habt mir in den Kommentaren unter anderem geschrieben, das war der gute Niklas, das das Knacksel auf Level 48 zu Knackack weiterentwickelt. Und das wäre eigentlich ziemlich geil, wenn das passieren würde. Aber leider Gottes sind wir noch nicht so weit. Deswegen müssen wir kurz schauen, was wir machen können ohne Knacksel. Wir können theoretisch auf unseren Ninjas gehen. Und mit einem wunderschönen Käferbiss können wir Gortrum ganz schön in die Enge nehmen. Also das sollte relativ easy sein. Denn Gortrum ist kein allzu starkes Pokémon. Jörg, schau mal. Wie viel Damage hat er gemacht? 20 mit einem Crit! No Front. Real Talk, no Front. Aber... Das ist ein Trauerspiel. Okay, Käferbiss kommt. Gortrum wird komplett zerlegt. Hoffentlich? Nein. Leider überlebt er. Und jetzt kommt er mit einem Doppel... Oh! Oh! Er kann doch etwas mehr als gedacht. Aber wie gesagt, wir sind eine schnelle Wespe. Und wir stechen Leute ab. Und verbreiten Angst und Schrecken, wie es Team Rocket tut. Also hier mal einfach zu veranschaulichern, wie Team... Wieso mein Gesang mit Ninjas quere. Also wir beide fühlen uns wie Jesty und James der Neuzeit. Liebe und Wahrheit verurteilen wir. Mehr und mehr Macht, das wollen wir. Und jetzt kommt sein nächstes Pokémon rein. Wir sind auf plus zwei, aber wir müssen trotzdem rauswechseln. Und Temposchub ist eigentlich eine geile Fähigkeit, Mensch. Oh, der Kramor, was? Oh. Uh. Ah, aber er hat nicht die versteckte Fähigkeit. Ja gut. Was erwartet man auch von so einem Typen? Ähm. Aber was sollen wir dagegen tun? Wir haben ein kleines Problem dagegen. Wobei... Ich habe Metacross. Also Metall gegen Metall. Das ist der spannendste Kampf, den ich je gesehen habe. Einfach so ein Metallklotz, der einen Metallklotz in so einem Boxring schlägt. Oh, Mann. Warum ist diese Vorstellung so witzig? Ich fühle die gerade anders. Okay. Aber wir greifen nicht Metall an, sondern mit Psycho. Denn Psycho kann Metall hochheben und verformen. Mit einer Menge Fantasie. Ah, das ist nicht so effektiv. Oh. Das war's mit Kramor. Einfach Durchbruchspam. Das ist auch deutlich schlauer, als Psychokinese zu spammen. Da war ich gerade etwas lost. Ich war, glaube ich, etwas abgehoben. Denn ich meine, Hopp ist so niedrig, dass man einfach nur abgehoben sein kann. Man kann gegen überhaupt nicht auf Augenhöhe sprechen. Weil er einfach so ein Opfer ist. No Front. Okay, wir gehen auf Durchbruch. Durchbruch sollte eigentlich das dann Damage machen. Und sein Relaxo macht mir wirklich Angst. Okay. Oh. Ich gebe ihm keinen Herzinfarkt. Für einen Moment wollte ich... Das wäre so ein Karma gewesen, wenn jetzt mein Metacross gestorben wäre. Oh mein Gott. Das wäre perfektes Karma gewesen. Und es hätte den perfekten Videotitel gehabt. Aber nee. Schade. Denkst du etwa, du hast mich am Wickel? Nix da. Ich mach dich fertig. Mein stärkstes Pokémon. Okay. Man sagt ja immer, man darf keine Mitmenschen mobben. Ich meine, es ist nicht schön, andere Menschen zu ärgern, aber... Und es ist irgendwo kacke, wenn ich ihn jetzt so richtig fronten würde. Aber... Pro. Versuchst du mit diesem Arschmund? Ich weiß, das sieht in meinen Augen so aus, als hätte er ein Ass in der Fresse. Glaubst du, mit diesem Ass und Stacheldings kannst du mich besiegen? Selbst ein Kindergartenkind könnte einfach dein Prinz Egel hochheben und wegwerfen und es ist tot. Guck mal, das war nix. Und das soll dein stärkendes Pokémon sein. Halt durch, Partner! Wer die Leid zufügt, kriegt es mit mir zu... Junge, ich geb dir eine Orfeige und du liegst. Und das sagt dir erst... Und das sagt dir erst, nachdem sein Pokémon tot ist, waren wir etwa so gut, dass die Box erst später getriggert wurde oder was? Das war ja pure Zerstörung. Boah. Du hast ihn ja wegdominiert. Einfach. Ähm, ich sag's lieber nicht. Sonst ist die Monetarisierung flöten vom guten Paya. Sanja, ich küsse dein Herz nochmal. Ich werde mich wieder der Arena-Challenge widmen. Und sobald ich den Arena-Orden in der Tasche habe, geht ich nur strax über Route 9 nach Spikefort. Spikefort? Sind dort Forths, die Spiken? So. Und somit sind wir auf Route 9, ist das glaube ich. Wo die selbe Musik wie in den anderen Spielen spielt. Und warum ist hier ein Alle? Okay. Warum habe ich einen Wecker auf meiner Switch? Auf jeden Fall kann ich hier keine neuen Pokémon fangen. Das ist etwas traurig. Denn, äh, wir haben vor zwei Parts leider unseren Encounter verkackt. Und deswegen funktioniert es nicht. Und was geht hier ab? Warum ist hier Team Yell? Wir lassen niemanden das Bike fort. Ist das klar, ey? Das heißt, wir nasen wie dich. Auch für alle anderen ist Route 9. Kaputt. Du kannst nach Hause fahren. Warte mal, ich muss mich wie ein Hooligan kleiden, um es mehr zu fühlen. Du kannst nach Hause fahren. Du kannst nach Hause fahren. Das eskalierte schnell. Ja, Mann. Wir von Team Yell feiern gemeinsam total. Sieh es dir nur an. Ist es nicht einfach großartig? Darum lassen wir es auch nicht zu, dass irgendwer es stört, nur um auf ihn übers Wasser geschippert zu werden. Oh, du kommst wie gerufen. Äh, ich hab dir doch damals dieses Rat geschenkt. Jetzt musst du die Zinsen übernehmen. Du musst kein Geld zahlen, sondern diese Typen einfach kaputt boxen. Äh, scheiß Brut, äh, Weibbischof Bayer, du wirst sterben. Ich hab gehört, Team Yell sucht Stress. Dann wird es auch Stress geben. Aber stell dir vor, du kannst einfach im echten Leben einfach läufig kaputt schlagen und kriegst dafür Geschenke. Neues Lebensstil für mich. Ich hab Bock, Leute zu schlagen und dann einfach Geld dafür zu bekommen. Und nein, äh, liebe Polizei, ich bin nicht gewaltsüchtig. Und als ob der mit einem Kapiel überlegt hatte. Zum Glück greift Doppelkick zweimal an. Ihm einfach so das Überleben vorgegaukelt und dann getötet. Oh, sowas gefällt mir, wenn man seine Gegner quä... Aufmachen, Polizei! Okay, hier ist Pandacro. Ja, Pandacro. Den schlage ich einfach kaputt mit meinem Doppelkick. Der ist dann instant weg, glaube ich. Aber der ist halt mit Patronenhieb schneller. Und ich sollte vielleicht aufhören, mit Dabwool zu kämpfen, glaube ich. Denn der ist, glaube ich, inzwischen viel zu stark. Der ist jetzt auf Level 50. Was schon ziemlich overpowered ist. Ich könnte mit Knacksel kämpfen. Oh, Risiko-Tackle, let's go. Bodycheck machen wir mal weg. Ähm, ich glaube, ich kämpfe ab jetzt einfach mal mit Knacksel. Das wird, glaube ich, etwas besser. Äh, ich will echt einfach nur nach Spike ford zurück, ey. Sie redet jetzt nicht mal mehr wie ein Hooligan. Findest du ein paar... Es entwickelt sich auf Level 35. Ah ja. Oder kann ich einfach nicht zählen. Auf jeden Fall, wir haben Intellion. Den, den hesslichsten Starter of all time, meiner Meinung nach. Wobei... Ja, es ist der hesslichste Starter überhaupt. Auch wenn ich, äh, seine Anlehnung geil finde. Der ist an James Bond angelehnt. Ich frage mich, was seine Pokédex-Nummer ist. Wenn das 007 wäre, wäre es 20 von 10. Aber ich glaube, es ist 009. Einfach so, äh, James Bond auf Wish bestellt. Okay, Klammergriff kann weg. Was wollen wir mit Klammergriff? Real Talk. Das ist Schrott. Ich hoffe, der lernt noch ein paar bessere Moves. Aber wir haben jetzt einen Starter, was ziemlich geil ist. Äh, ich hab die Idee. Äh, äh, wir hauen ab. Auf nimmerwiedersehen. Auf nimmerwiedersehen. Und Kamalm haut auch ab. Ach so, die wollen lieber Kamalm reiten. Auf Kamalm reiten, lol. Ja gut. Ne? Äh, wie läuft's denn so? Genießt du das Leben als Radfahrer? Hier, ich kann dein Rad upgraden. Danke, Mann. Wirklich korrekt. Jetzt können wir sogar über Wasser laufen. Ich erkläre euch jetzt in einem epischen Ton, was das geilste daran ist. Filter an. Erotische Stimme an. Sonnenbrille an. Und jetzt geht's los. Also meine werten Freunde, willkommen zu unserer Werbung. Und zwar könnt ihr ganz einfach mit dem Rotomrad 3000 ohne Loadscreens ins Wasser gehen. Das nennt man Quality of Life Changing. Und so könnt ihr einiges auf der besten Route des Spiels erleben. Dankeschön Marketing-Paya ohne Anzug. Ähm, beziehungsweise das war ja ich selber einfach mit meiner erotischen Stimme, die ich ab und zu raushauen kann. Leider kann ich die nicht immer raushauen, weil ich nicht dafür sorgen will, dass alle Menschen einfach unmächtig werden von meiner wunderschönen Stimme. Deswegen musste ich es leider nur ab und zu machen. Und als ob mich der Trainer Mario von dort ganz hinten gesehen hat. Ja, moin. Okay, Ka-Octo kommt rein. Ich mein, wieso nicht? Oh. Oh. Das ist nicht so nice. Okay. Wechseln wir auf Metacross. Metacross macht kurz einen Prozess mit dem Typen. Alleine, weil wir gefühlt 10 Level Unterschied haben. Oh, das ist so krank. Die sind halt so krass overlevelt. Das ist unnormal. Okay, dann boxe ich den Trainer gleich mal weg. Das sollte wirklich relativ simpel sein. Eine Psychokinese. Okay. Okay. Wir wetten jetzt, wenn ich schlage mich fünfmal in meinem Gesicht, wenn Psychokinese nicht one-hitted. Warte, nein. Ich wollte was anderes sagen. Das one-hitted niemand. Ah, doch. Das one-hitted. Also muss ich mich nicht schlagen. Ich, der Pokémon-Meister, kenne mich doch aus. Ja, ja. Wahrscheinlich. Und da wurde der Typ ganz schön schnell zerstört. Und ihr müsst wissen, das hier ist mit Abstand die beste Route des gesamten Spiels, weil die einfach so verwinkelt ist. Sowas hat dieses Spiel viel zu wenig. Das ist wirklich die einzig gute Route von diesem Spiel. Es gibt mehrere Wege. Es gibt viele Secrets. Es gibt viele Trainer. Die Route ist auch nicht fünf Millimeter groß. Also, Real Talk Game Freak. Die einzige Wasserroute von diesem Spiel ist wirklich gut gelungen. Aber warte mal. Wir sind schon mit der Route durch. Oh, die Route ist auch nicht fünf Millimeter groß. Gehen wir mal hin. Vielleicht passiert dort noch was Interessantes. Dann hat der Part wenigstens Inhalt. Oh, man. Meine Güte, wir kommen einfach nicht nach Spikeport rein. Wie lange sollen wir uns denn noch die Beine in den Bauch stehen? Wie sollen wir denn jetzt den Unlicht-Arena-Leiter zum Kampf herausfordern? Hä, wieso haben die das Rolltor runtergelassen? So kriegen wir den nächsten Orden nie. Oh. Ist das... Oh, oh. Ich bin jetzt nach zwei Wochen duschen gegangen. Extra für dieses Meeting. Hey, Paya. Hier drüben. Und Mary. Was geht? Ist alles gut bei dir? Warte mal. Ich hatte gerade ein Brain Lag. Und war... Ich habe gerade ein Brain Lag. Okay, Leute. Jetzt ist gerade was sehr Reardes passiert. Ich musste cutten, weil mein Gehirn gerade komplett kaputt war. Ich weiß nicht, warum. Wahrscheinlich war ich gerade von Mary so paralysiert von ihrer wunderschönen, wirklich wunderschön, bildhübschen Ausstrahlung und Atmosphäre. Äh, deswegen musste ich euch eine Sache bestätigen. Und zwar, der Part endet. Ganz einfach aus dem Grund, weil gleich was passieren wird. Aber ich spoiler nicht. Wir werden das nächste Mal sehen, was Mary von uns will. Und dann wahrscheinlich in die siebte Arena von Spike fortgehen. Aber ich verabschiede mich fürs Erste und sage... Ciao von au. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.